Ah ja, endlich mal wieder am Devillian spielen hier. Hi! Hi, wir spielen wieder. Ist zwar jetzt schon länger her, aber was soll's. Es ist wieder ein nicht schlechtes Spiel deswegen. Es wurde ja gepatcht. Es wurde gepatcht, ja. Ich kann mal neuer sagen, wer die Patch-Lots gelesen hat, wird wissen, was drin war. Ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Wo reiten wir denn hin? Ich hab auf Hingehen gedrückt und da reite ich hin. Ja, bei was? Beim Oberst. Ich hab drei Quests. Beim Oberst. Beim hier Van Hooter anwesend. Oh, hier sind Gegner. Van Hooter anwesend? Simpsons? Hast du die Quests nicht gehört? Doch. Van Hooter, Simpsons, Milhouse. Check. Heißt der so? Keine Ahnung. Na, Van Houten. Ah, okay. Feuer! Shit. Kann noch nicht benutzt werden. Wir müssen euch zwar nicht mehr töten, aber... Oh fuck! Los, tötet uns das Nest! Was für ein Nest? Da kam auf einmal so viele. So, dann gehen wir mal hier rein, ne? Geier? Oh, was seid ihr denn für Geier? 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 Geier! Geier! Achja, hier sind Geier. Aber du machst das schon. Ich schlitze die einfach mal ein bisschen weg. Wir müssen die nicht töten, aber ich dachte mir. Ein bisschen schlitzen. Oh, hier Duvan. Hallo Duvan. Der Duvan liegt im Dreck und hat Quests für uns. Oh, hier liegt jemand. Eine Wächterleiche. Hier liegt noch eine. Da müssen wir drei von suchen. Hoffentlich zählen die für beide. Ja, tun sie. Hervorragend. Kann doch nicht benutzt werden. Lass mich doch in Ruhe, Jungs. Mann, der Respawn ist schnell. Ja, auch ein Action-RPG, Junge. Hier ist permanent Power. Ja, Overkill. Overkill. Alles tot, aber wir hauen noch mal den Skill rein. Gut. Haben wir mal ein bisschen geschletzt. Nein, nein. Mit dem Randall müssen wir reden. Okay. Folgen. Mann, das Ding läuft einen umständlichen Weg. Ja. Und mitten durch alle Mobs durch. Ja, das macht aber nichts. Ja, die Katze hier ist schnell. Eine Polizei oder Rettung? Rettung. Hört sich bei euch anders an als bei uns. Suchen nach mir. Feuerwehr, glaube ich, war das. Oder so ein Notarzt. So ein Scheiß. Na, Feuerwehr war das nicht. Dafür war es zu hell. Ja, Feuer ist doch hell. Ach Gott, zu hoch. Der Ton war zu hoch dafür. Du Spaß. Oh, wie schön. Oh, hier. Schön durch die Botanik. Warum liegt ihr die ganze Zeit alle rum, Leute? Beruhig dich doch. Ich weiß nicht. Die sind müde. Schau mal dein Häschen. Oh, kann ich jetzt kaputt treten? Nein. Aber hier muss ich seine feine Schlachten. Ultimativa Hebe. Komplett Ulti. Den Gagos müssen wir besiegen. Wo ist der Gagos? Der ist da links. Müssen wir so Zahnbeutel sammeln. Ach ja. Da hat er noch ne Quest. Hübs. Zahnbeutel. Ja. Schließ, schließ. Ich fühl mich grad noch unterfordert. Kann das sein, wenn wir alles One-Shotten? Ja. Da ich grad Diablo Hardcore gewohnt bin. Aua. Mein Legolot Nummer 5, der funktioniert jetzt ganz ordentlich übrigens. Ist der noch nicht tot? Der ist noch nicht tot. Er überlebt jetzt schon einen Tag lang. Nice. So. Reden. Leute, reden. Kommt Ziegen. Känguru. Eichhörnchen. Tja. Soll das Hammer-Bahn-Schrei. Einer, der ist seit einer 16 erstmal, instant. Was Schnetzel drüber schön weg. Ja, natürlich. Kann noch nicht benutzt werden. Da. Ah, das ist ein paar. Hi, schläfst, 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 schläfst. Kaputt. Mit irgendeinem Grafen müssen wir reden. Wo Graf? Da, Graf. Der Graf von Hausmann. Graf Rotz. Der Graf zahlt. Oh, ich weigere mich. Graf Rotz. Die Fresse. Was habe ich denn da? Ich habe Post. Goldseller. Ah, Goldseller. War ich doch. So. Tägliche Checkliste für Daily Login oder was? Ah ja. So, dann probieren wir mal einen neuen Skill aus. Bei meiner wurden nämlich alle zurückgesetzt. Oh. Warte, wo waren noch mal das Skill-Tree? Äh, unten auf dem Buch. Das Buch, da ist es. Ja, meins wurde auch alles zurückgesetzt. Da dürfts wohl ein paar Änderungen gegeben haben. Da haut mich was. Aber das ist mir egal. So, ich geh jetzt da einfach mal auf Kontrolle. Weil ich es einfach mal ausprobieren will. Das ist schön. Oh, upsala. Da bin ich versehentlich auf den V-Knopf gekommen. Hm. Oh, ein schwarzes Loch. Schau, ich kann ein schwarzes Loch. Ist das nicht schwarz? Naja, es ist ein blauer Wirbelsturm, aber... Ja, warte. Das schwarze Loch hat cooldown nämlich. Das ist ein schönes schwarzes Loch. Es ist ein blauer Wirbelsturm. Aber okay. Ich kann auch... Warte, warte. Wait for it. Da. Schwarzes Loch. Sowas kann das schwarze Loch. Das macht Schaden. Ja. Mir geht das Manna aus. Na gut. Machen wir hier ein paar Gräber auf. Suchen wir eigentlich was Bestimmtes? Ich mach einfach nur das, was ich machen soll. Oh nein! Mein Gott, wie sieht das mal so cool aus. Beruhigt euch bitte! Sonst muss ich euch alle zerschneiden. Gut. Ihr bettelt drum. Oh. Oh, ich hab hier... Ich muss hier den... Marashi töten. Der Marashi? Na warte, du bist weiter als ich. Der Ligadishi. Weiß der. Na warte, du bist weiter als ich. Auch immer. Ah, ich schlitz mal ein bisschen hier rum. Aber nicht auf dem. Dann lassen wir uns umrauben. Das war ja äußerst schwierig. Ich glaub, ich hab jetzt alles fertig. Ich glaub, ich hab jetzt alles fertig. Ach, da liegt bloß ein Ding. Oh, dann warte ich ein bisschen auf dich. Hm. Und da ist noch ne Truhe. Guck mal. So. A5. Jetzt hab ich's. Schön. Schnitzelst du dich da hinten noch irgendwo durch oder kommst du? Nö, ich komm schon. Ah, perfekt. Ich bin schon am Weg. Gut gemacht. Ich weigere mich nachzugeben. Was führt dich an diesen entlegenen Ort? So, jetzt hab ich noch. Sprich mit Randall. Ja. Ich drück mal auf, da hingehen. Und schauen wir mal, wo er uns hinführt. Das ist immer noch das absolut beste in dem ganzen Spiel. Ja. Das soll's im WeWi auch sein. Soll's überall geben. Das ist richtig. Hallo Randale. Ich werde meine Meister ewig dienen. Okay. Dann gehen wir mal zum nächsten. Das ist so wie ein Tempomat. Mhm. So, ich hab ein neues Hand gekriegt. Nice. Gut. Gehen wir da mal hin. Ein Hemd. Meine Sorge schaut noch immer so aus, als würde sie in ein Unterkleidchen rumlaufen. Ein Unterkleidchen? So, nach Dessous. Ah. Ja. Ja. Du bist halt nicht aus einer zivilisierten Gegend. Stimmt. Ach. Nein. Vorräte. Schließ. 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 Platzen die auch? Ne, da kommen nur Spinnen raus. Ach. Meinst du jetzt die Arme? Vorhin heißen die aufgeblähte Leiche. Also man könnte ja erwarten, dass die platzen. Warum? Nicht alles, was aufgebläht ist, platzt. Naja, aber es lässt meistens Galass... G-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g. Halskette. Messen? Ellens. Allons. Von dem Wann und den Leichen die Arzneivorräte holen. Hast du sie schon fertig? Klar. Eins brauche ich noch. Oh, hier ist eine ganze Gruppe. Schließ. Schließ mal ein bisschen hier auf. Jetzt habe ich es. Aufmau! Und auf! Macht nicht. Warte, jetzt muss ich den Alan umhauen. Das hat... Ja, Entschuldigung. Geht ja schnell. Das stimmt. So, jetzt haben wir es. Move! Beach! Get out! Survey! Survey! So! Heilerin Mesadia. Wir haben dir geholfen. Nun gehen wir wieder weg. Zum Randall. Schon wieder Randall, Alter. System Doppelpunkt. Hingehend beginnt. Nice! Ich bin mein Meister. Ich bin mein Meister. Okay. Die Rozzana. Was glaubst du mir? Die heißt doch Megan. Aber, sprich mit Rozzana. Das stand Megan Volksalter. Ich habe sie nicht gewürdigt. Bitte. Ich brauche deine Hilfe. Hilf mir! Hör auf zu heulen. Das gibt's doch gar nicht. Bitte. Ich brauche deine Hilfe. Scheiß auf, du. Macht mir Angst. Wow. Bittere Seele. Ne Benji. Geh. Gut. Aufmountain. Da unten ist eine Eins. Sprich mal drüber. Ach Rozzana möchte wieder was sagen. Oh Gott. Ja. Ich habe dir doch jetzt schon geholfen. Ich brauche deine Hilfe. Hilf mir! Die weint da rum. Untersuche die Leichenhaufen. Ja, das ist auch so ein Hobby von mir. Die hier. Eine ignorante Leiche. Er hat keinen Mund. Und seine Augen sind gleichförmig weiß. Armer Zombie, der keinen Mund hat. Oh, was da unten ist. Kinderleiche. Oh Gott. Ich habe dir was beschwört. Was beschwört hast du? Ja. So. Inventar. Da hast du was schönes. Spielzeugschwerter. Das brauche ich nicht. Cool. Neue Handschuhe. Nice. Ich würde mir gerne mal demnächst ein FX-Laserschwert kaufen. Nice. Ich finde die ziemlich cool, nämlich die Teile. Hier geht das Mana aus. Ja. Wobei der letzte Film hier ist die Kinder. Spaß am Star Wars weggenommen hat. Ja. Ich habe ihn noch immer nicht gesehen. Oh. Dann sage ich noch nichts. Das würde ich dir auch raten. Ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit. Nein. Weil du weißt. Ich habe Zeit und ich würde nach Deutschland fahren. Ja, guck vorbei. Wenn du willst den Film spoilerst. Ach. Ich könnte dir. Da sind nur zwei, drei große Dinge. Schlimme Sachen. Die man erzählen könnte. Warum bekomme ich die Halskette nicht? Ich habe die da schon nichts. Bitte. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Hilf mir. Bitte. Ich brauche deine Hilfe. Hilf mir. Jetzt. So. Ruhels Lieblingsplatz. Und verklabe sein Spielzeugschwert. Erstmal hier ein paar Benchys klatschen. Komm mal her. Komm mal her, du Kleiner. Schlipzig dich mal eben. Oh. Da hinten sind Sachen zum Aufheben. Wo? Ach ja. Blumen. Eine grauenhafte Blume. Und ich schlitze, schlitze im Sause-Schritt. Und schlitze im Sause-Schritt. Und schlitze die Blume mit. So wissen wir, der hat ja noch irgendwo verbuddeln, ne? Oh, Quest abschließen. Erledigt. Erledigt. Eine annehmen. Was? Eine annehmen? Ich habe nichts zum annehmen. Ich habe noch eine gekriegt. Welchen? Wow. Hole Meghans Halskette von den verwesenden Leichen. Na schau, das ist die aus dem Fall. Ah, die ist zufällig. Alter, die habe ich noch nicht angenommen gehabt. Ich habe es nicht gesehen. Na schau. Passiert nicht nur mir. Da habe ich rumgenoobt. Bist auch ein Kacke. Habe ich rumgenoobt. Da ist sie aber schon direkt dreimal. Dann nehme ich mal eben die Halskette ab. Wollen wir mal weiter.